Ich wurde verhaftet, dort von mehreren Polizisten mit allen möglichen Methoden gefoltert worden, auch von auch die anderen Mitgefangene, die mit mir im Zeller waren. Von denen wurde ich auch verprügelt, als die rausgekriegt haben, dass ich wegen Gottes Beleidigungen so da sitze, wo sie selber wegen Vergewaltigung, Mord und alles mögliche da saßen.